Glaubt ihr an das Herz der Karten? Ich schon, denn wir sind gerade dabei, eine Karte herzustellen mit unserem Abbild. Dafür waren wir schon mal beim ersten Kartemacher und bei der zweiten, die auch schon ein bisschen was angemalt hat. Nun machen wir uns auf den Weg zum Kleber, der irgendwie kleben soll und der Erzähler sagte uns schon, hat uns gespoilert, der wahrscheinlich in einer sehr klebrigen Situation sich befindet, wo wir ihm wahrscheinlich raushelfen müssen. Gut, aber vorher holen wir uns noch mal hier kurz mal eben Geld. Geld von der Bank ab. Kommt, viel Geld wir haben, das ist super. Ich glaube, ich hier durch, danke. Gut, der Kleber befindet sich wahrscheinlich keine Ahnung wo. Wir werden es sehen. Der Erzähler wurde entführt. Das ist lustig, oder? Das Erzähler da irgendwie. Der macht schon Sinn. Oh nein, die Königin hat ihn. Oh je, oh je, das kann ja was werden. Ihr habt ja in der Entfernung schon gesehen, ne? Das war irgendwas. Gut, da drüben hängen Roboter. Ganz viele. Sogar große. Und es sieht aus, als würden wir gleich wieder kämpfen müssen. Oh oh, der Erzähler. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh oh oh. All of a sudden... Geh mal runter. Da ist nix. Ich hätte ja hier auch so ne Kiste hingestellt, aber hey. Even the hospital feels so very tired. What does she even do here? She should just go home and die. Nein. I won't give up. I won't give up. Hi, money. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Hm. Hoffentlich kommen wir bei den nächsten Kartenmachern an. Hm. The view was as beautiful as it was hopeless. And it underlines the one universal truth. Even you could never defeat the queen. She'd sooner take the mountain with her breath than succeed. The card makers had given her a hopeless task. And the full sphere of essence. Full of sound and fury. And a man's to nothing. Oh. Das sieht ja ein Kampf aus, hier. Wollen wir da runterspringen? Müssen ja, ne? Wir müssen. Seid ihr bereit? Ich rede mit euch, liebe Leute. Ja. Nicht nur der Erzähler durchbricht die vierte Wand, sondern auch ich. Hey. Ich kann das genauso gut. Kein Kampf hier? Der Tee wird doch nicht. Als ob. Keine Tür fällt zufällig zu, ne? Oh. So. Der Schatten der Königin. Even knew the fight was doomed. She should just give up and die right now. Nee, ich will nicht die. Stopp, stopp, stopp. I know, Dicey. I know. I won't give up. I promise. Eben, ich geb nie auf. So. Volles, volles Blatt. Wir würfeln. Wie es verschwindet ist? Ach, da ist es. Okay. Was? 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 Oh mein Gott. Die Würfel, die mich so bringt bei den Schatten hier nichts. Was? Das ist halt auch ein dummer Winkel hier. Ja. Hast gedacht, ne? Das ist echt dummer Winkel. Na dann würfeln wir mal. Und laufen dabei ihn auch hoch. weg. Ne 5. Die Bogen. Das Schwert. Und das Teil. Das ist gut, dass wir es aktiviert haben. Dass das Ding sich noch bewegen kann, zusätzlich. Ich wollte noch weg. Ja. Würfel. Boom. 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 Ja, jetzt kommen wir doch die Viecher, alter. Mit drei mindestens. Ne 1. Hat sich gar nicht gelohnt. Ah, Mist. Er kam zu nah ran. So. Ähm. Gehen wir her. Nehmen wir keine Waffe, oder? Dann holen wir doch mal das hier. Reicht das? Das reicht. Gut. So. Weg mit dir. Autsch. Da hinten. So. So. Wörfeln wir mal. Da kann er eh nichts machen. Ähm. So. Alter. Das macht mir echt Sorgen über die Zukunft. Wenn er sich, wenn die sich, ähm, in der Würfel-Dimension bewegen kann. Klar, macht Sinn, ne? Ist ja nur logisch. Und die hat ja auch einen Würfel. Nein. Hallöchen. Archibald Fünfling. Seid gegrüßt. Tagchen. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Zeit lang gelang. Die Hände werden gegrüßt. Aber jetzt. Jetzt bin ich der letzte Follower. Der letzte, der die drei Hände zu erkennen hat. Der Körper nicht. Die Hände. Sind die irgendwie mit dem Visionär verwandt? Ist das ein schwebendes Kopfwesen? Ich habe einen der Köpfe gesehen. Guter Kerl. Ziemlich geheimnisvoll. Hehehehe. Die Visionärer ist blind. Er sieht die Welt wie es ist. Wunderschön. 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 Schmer 책le. origins in shadow in der intresse lieben und die ability for those such as us to understand but they are returning every day their power grows stronger and when they return truth will follow in their wake okay euer kult ist wohl nicht besonders freundlich some religions comfort but the true religion tells the truth and on that day every day the three heads will tell it the stars have already gone out little one news of their end simply hasn't reached us yet but it will and until then in the light of stars long dead warum reden die müssen ja immer so ein rätsel reden da war zu sagen was fases engel den was engel kochtopf ist hier fertig hört ihr doch auch oder nicht oh oh wirklich und nie ne ach so man muss eh nur hält eh an ich glaube es ist besser wenn wir es anhalten aber nicht so jetzt man sieht es halt nicht und schuss perfekt die heilige kleberei ich sehe nix das haben wir von der katze nicht gesehen als wir hier angekommen sind hoch hallo ist da jemand hallo bernie bist du das evan ich habe dieses weirrste was mich mit den Sprachen zu sprechen ich nenne es ein talkie walkie ich habe viele Leute durch das gehört und jetzt kann ich dich hören wo bist du bern ähm es gibt viele Brüder und die Leute sind glücklich und dann glücklich und dann glücklich und dann glücklich also ich gehe raus und sage Two-Town ich sehe warum du diesen Ort wollte es ist groß die was wirklich ein freizei park ich hoffe das ist eine positive veränderung das ist eine fürchterliche idee bernie es eine fantastische idee bernie ich steht dieser idee völlig neutral gegenüber seine fürchterlich ja neutral komm sagen wir neutral klar und wo ist dort und wo ist dort nach rechts und sonnenschein cool cool great ok i'm walking and i can see a bit better here there's two paths forward and right forward there's clanking and to the right there's an eerie silence which way even dann gehst du bitte geradeaus Richtung scheppern ok das brüsel wird ja wohl nicht irgendwie laut machen krach machen wo there's a robot workshop thingy here the robots look really mean but they also look like they're not turned on yet wo i could put my candy in their exhaust pipes stuff it into their ears or or maybe i should just leave them be that's lieber in ruhe you got it even ok i'm passing them nice and quiet but even they're waking up it's like they can smell me or something they're coming after me ah i'm running back to the start call me soon even ah müssen wir ihn da durchlotsen oh mein gott da war es doch richtig mit den mit dem hello evan versuchen wir es doch noch einmal so 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 sonnenschein ja great ok i'm walking and i can see a bit better ok ja 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 i could put my candy in their exhaust pipes sabotiere die roboter ha ha yes i'll sabotage them ok the candy is definitely gumming them up and oh they're staying down as i walk by perfect ok now i'm in another clearing i can go forwards or backwards Ben ich kann nicht immer diese entscheidung für dich treffen aber ja geh halt gerade aus weiter ok i'm doing it i'm and then we'll geh zurück ich kann nicht nicht hören no way i can't stop my adventure now can you try finding another talkie thingy then you can help me more ok ohne meine hilfe stirbst du immer fast also leuny bleibt in sicherheit i will i promise just go find another talkie thingy so you can help me more ok ok bye even ok wir haben verbindung verloren das heißt wir müssen woanders weiter suchen weiterhelfen oh god das ist dieser dude ich werde schon nicht leiden aber es ist ok also das ist nur nur ein schild kämpfen oh nein wahrscheinlich reicht man nicht richtig zeitig ne ok moment halt ja 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 gehen wir darüber nein da hinten komm mal her so nein da ist sie hier da ist sie wirklich machen von hier aus er hört halt nicht ich muss da hinten hinbringen du musst ich zeig da hinten hin und jetzt bohrt irgendwie dann in der nähe die andere idee andere idee andere idee meine güte dieser würfel das macht mich grad wahnsinnig geht da hinten hin jetzt hörst du ne normal nein diese dass die lücke nicht genommen wird ja wo sie wissen ob das jetzt zählt ist halt so lächerlich oder wo soll ich wissen ob das jetzt gezählt hat nein nein da ist sie da hinten nein jetzt geht er zurück du bist halt um Gottes willen da hinten da hinten ich kann nicht höher zielen oder weiter kann ich am boden zielen dann geht er da hin ne das ist ja das problem her komm nein er macht das wieder nicht zurück nein nein da ist sie da hinten oh Gott nein er geht halt nicht weiter es ist lächerlich wirklich wirklich ich dachte das wäre halt eine idee natürlich geht es nicht jetzt über die würfel rüber da ist sie gehirn so da ist sie dahin es ist lächerlich oder nein ich ziel doch da ganz hinten hin was ist denn mit dem würfel los da hinten er geht nicht da hinten hin puti wenn ich da hinten hin ziehe möchte ich dass du da hinten hingehst hier mit beim wiederholten drücken ne so nochmal da hinten lauf mir doch nicht hinterher bleib doch mal da stehen meine güte ist das ein rotz hohoho alter holy shit einfach wo hä ja ach o ne sind ja die fliegenden dinger woher mache ich das hier eigentlich au Oh, nicht schon wieder so mit Elektro. Nee, komm her, ich muss jetzt was würfeln. Das geht mir ziemlich gegen den Strich gerade. Eine Eins, wow. Braucht jetzt mindestens einen Bogen. Ja. Alter, du brauchst da auch eine Waffel, ne? Da ist noch eine Elektro-Fritze. Au! Zwei. Geh einfach her. Ja, eine Sechs. So. Kommen wir uns erstmal alles gönnen hier. Der ist aber schuld. Nein. Ich hasse es, wenn die automatisch angesehen werden, ne? Wenn das dann wechselt, obwohl ich es gar nicht will. Ah. Für fünf. Und Gift auch noch. Da kommen sie jetzt nicht weg. Alter. Toll. Wofür hast du das hier gemacht, eigentlich? Weiß ich nicht. Ach, hier muss ich sogar hin. Dann ist doch... Dann muss ich mal begrüßen, was der andere Weg ist. Also war diese Rätsel Pflicht ja wieder. Wo, 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 äh. Ich komme auch gar nicht mehr zurück. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Das Rätsel war ziemlich anstrengend. Aber ich bedanke euch für's Zusehen. Lasst gerne liken, kommentieren und abonnieren, da werdet ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.